Ja, das ist ein sogenanntes Zaubermalbuch. Da sind aber über Nacht alle Bilder verschwunden, nichts mehr drin. Aber wenn man einen Zauberspruch sagt, zum Beispiel Amara Kadabara, dann erscheinen die Bilder allerdings in schwarz-weiß. Außen ist es aber farbig. Und wenn man noch einen Spruch sagt, zum Beispiel Hokus, Hokus, Fidibus, dann sind die Bilder plötzlich alle farbig. Und wenn man fest draufbläst, dann sind die Bilder weg. Futsch, verschwunden.